Das Garmin Varia Wisher ist eine Erweiterung für die Fahrradcomputer Edge 1000 und Edge 520 und blendet einem direkt ins Sichtfeld beim Radfahren Informationen ein, die vielleicht nützlich sein könnten. Dazu zählen etwa Navigationsanweisungen, wo man abbiegen muss, die Herzrate, wenn man ein Pulsmessgerät verwendet oder etwa Infos vom Garmin Fahrradradar, der einem anzeigt, wenn sich ein Auto gefährlich nähert. Man kann steuern, was einem angezeigt wird, und zwar über dieses Touchpad, wo man einfach drüber streicht und dann die verschiedenen Bildschirme durchgehen kann. Man braucht für dieses Gerät keine spezielle Fahrradbrille. Das Ganze wird über einen Clip mit einer speziellen Halterung befestigt. Die Halterung ist mit Gummibändern direkt am Bügel der Fahrradbrille befestigt, ist also relativ flexibel, es gibt auch Gummibänder in verschiedenen Größen, es wiegt 30 Gramm, ist jetzt nicht wirklich unangenehm, auch nicht dann, wenn man es am Kopf trägt, und kann, wie gesagt, sehr einfach an der Brille befestigt oder wieder abgenommen werden. Abnehmen muss man es wohl alle acht Stunden, denn so lange hält eine Akkuladung.